Das Training richtet sich an alle, die mit dem Thema MPG 600 in der laufenden Produktion zu tun haben. Das Training wurde entwickelt im Hause Krönert aus den verschiedensten Abteilungen, aus der Technik, aus dem Technology Center und aus der Serviceabteilung. Alle Ingenieure und Techniker haben ihre Themen zusammengefasst. Aus ihrem fachspezifischen Wissen haben wir die Präsentation erstellt für dieses Training. Das Training bittet den Teilnehmern wirklich alle Bereiche kennenzulernen. Das heißt, von der Rasterwalzentechnik, Instandhaltung, die Bauteile werden alle fachspezifisch genau beschrieben. Die Dozenten sind aus dem Hause Krönert aus den verschiedensten Abteilungen. Aus der Betriebnahme, aus der Serviceabteilung und aus der Technik selber. Bei der heutigen Schulungsveranstaltung hat mich das begeistert, bei den Teilnehmern, wie stark sie mitmachen, wie stark sie ein Interesse daran haben, auch ihr Beschichtungssystem voranzubringen, zu modernisieren oder eben auch den Prozess zu verbessern. Dass die Kunden teilweise einen Aha-Effekt hatten, dass sie sagen, oh, das ist ja hier ganz anders gelöst. Allein schon beim Betriebsrundgang, weil die vielleicht eine Maschine haben, die schon 15 Jahre alt ist und die sehen heute hier andere Lösungen und fragen gleich nach Nachrüstung. Und das ist natürlich dann auch interessant wieder für die Kunden. Deswegen ist es wichtig, die Kunden hier auch mal wieder ins Haus zu holen und denen zu zeigen, was gibt es an Neuerungen, was gibt es an neuen Möglichkeiten, um ihren Prozess zu verbessern. Der Kunde lernt hier im Haus auch noch verschiedene Mitarbeiter kennen, lernt unsere Prozesse kennen, lernt das kennen, was wir ihm anbieten noch besser und die vielen Möglichkeiten. Und wir lernen vom Kunden, was findet der Kunde gut und was ist vielleicht gar nicht so gut gelöst, was wir uns immer gedacht haben. Und da freue ich mich über diese Win-Win-Situation, die wir hier heute haben. Also ich habe mich für das Training hier entschieden, um die Maschinen nochmal von der anderen Seite kennenzulernen. Wir haben schon sehr, sehr viele Maschinen, wir haben sehr viel Erfahrung. Am besten gefallen hat mir tatsächlich die Kommunikation mit den anderen Teilnehmern, das Kennenlernen von anderen Teilnehmern, auch das Wissen darum, dass andere Teilnehmer ähnliche Probleme haben wie man selber und eben auch mal die Lösungsansätze von anderen Firmen kennenzulernen. Für mich war es wichtig, nochmal einen Überblick zu bekommen über den neuesten Stand der MPG-Technologie im Haus Krönert. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Rundgang, wo einfach nochmal technische Komponenten gezeigt wurden, die Offenheit der Teilnehmer, der rege Austausch. Also es war niemand irgendwo verschlossen, sondern man hat sich offen über eigene Themen auch unterhalten können, über technologische Anforderungen, die in den verschiedenen Bereichen bestehen. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, für jeden Teilnehmer eine Bereicherung. Das, was wir heute hier gesehen haben oder heute mit unseren Kunden erlebt haben, ist eine tolle Sache, hat Spaß gemacht. Das, was wir heute hier gesehen haben.